Heute ist Dienstag, der 12. November 2024 und damit herzlich willkommen zu jeden Tag ein Ü-Ei. Heute öffnen wir ein neues Kinder-Joy-Ei der neuen Kollektion Jurassic World und ich bin gespannt, mir fehlen ja weiterhin sechs Inhalte dieser neuen Serie. Eine gute Übersicht findet ihr im Übrigen auch im Forum auf www.unser-sammler-team.de, dort einfach auf Saisonübersicht. Jetzt öffnen wir das Kinder-Joy-Ei des Tages, heute für Dienstag, den 12. November. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Normalerweise habe ich mein Handy beim Drehen nicht dabei, allerdings hatte ich gerade hier den Dinosaurier VQ292 und dachte mir, der fehlt dir doch noch. Ganz schnell ins Forum geschaut. Tatsächlich, ich weiß nicht, ob ihr es seht, hier kann man es sehen, VQ292, der fehlt mir noch. Das ist im Übrigen das Unsere-Sammler-Team-Forum, ganz einfach zu bedienen und hier tolle Neuigkeiten. Ihr könnt euch nämlich direkt auf euer Smartphone informieren lassen, über Neuigkeiten im Forum etc. etc. Das lohnt sich also, besucht uns gerne unter www.unser-sammler-team.de. Das war es denn für heute. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Bis morgen. Macht's gut. Euer Stefan von unserem Sammler-Team. Bis morgen, ihr Lieben.